Das war gut. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, unser Beck war vor. So. Das ist eine coole Band. Wir haben viel mehr Beck und Quall. So. Wir schnuckern ein bisschen. Jetzt seid ihr euch mal. Jetzt seid ihr euch mal, wie es geht. Nicht, dass ihr... Ja, ihr seid... Okay. Das waren die richtigen Antworten. So. Ja, klar. Die Mädels zeigen euch jetzt, wie es richtig geht. Denn an der richtigen Stelle singt diese Mädels I'm the hardest bitch in this place. Weil ihr ja volljährig seid. Und weil sie so aussehen, als würden sie es jeden Abend vom Spiegel üben. Könnt ihr euch damit vereinbaren, ist das cool so. Könnt ihr euch damit vereinbaren? Ja. Das ist ja auch vorführend. Es gibt ja heutzutage auch... Das ist ja auch vorführend. Ladies and gentlemen, so Baseballs, Females, Background, Choir. Ja. Bis dann, This bitchin'. Ja! 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 Ja!